Kommen wir noch hochklettern. LOL! Nice! Sehr, sehr nice. I don't know. Der Sand dagegen stand. Er will das Geld. Wo? Ach, fangen wir doch mal hin. Ich hab gerade eh nichts. Ich kann zwar dieses Ding machen da. Links da. Schönes Auto. Wenn ich es einfach aufschließe, sozusagen. Erfahrts doch. Ich muss nicht immer stehen bleiben, nur weil ich die Bolle zumache. Oh, wer war da? Hm, keine Ahnung. Ich mach gerade wurscht. Irgendwie ist es ein interessanter Objekt. Oder vielleicht will der das auch holen, sozusagen. Hm, wo ist das? Ah, hier. Geld. Hm, cool. Ein bisschen Geld. Hacken. Wie läuft's? Ich mach gerade Pause und dachte, ich ruf mal an. Ich hab ein paar Stunden Zeit. Ja, also. Ein paar Stunden hab ich nicht. Leg nicht auf mir, ist so langweilig. Mein Boss ist so. Keine Wahl, was? So. Ich hör immer teilweise diesen, äh, diesen Gesprächen interessiert zu. Die schauen ganz geil. Egal. Die Bahn hab ich von hier gestoppt. Guck ich da irgendwie hoch. Kann ich mit der Bahn ein bisschen rumfahren. Oder, ich glaub, das war's ja schon, die Ökscheiden mit der Folge. Ich muss ja irgendwann mal schauen, wie ich in diese, äh, wie ich in diese Türme da hineinkomme. Und ich schau noch kurz vor dem vorbei. Wo ich da einfach sozusagen reinkomme. Das wär nämlich schon ganz geil. Ähm. Weil man dann einfach sozusagen ist, weil, wie ihr seht's da, sozusagen. Hier kann, hier kann ich, ähm, die Leute anschauen und hacken und so weiter. Allerdings in anderen Gebieten, wo ich das nicht freigeschaltet hab, oder sowas, glaub ich, äh, geht's nicht, also. Also. Keine Ahnung. Glaub es mal. So. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ähm. Okay. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht so, was die machen, so. Schauen wir mal, ob man da hineinkommt. Nö. Unforstbar. Bankern. Danke. Okay. Direkt mal abheben. Das Geld. Sehr schön. Wieder auch so mit der Hand so wupp. Ähm. Entschuldigung, Mister. Hm. Mielandlange, Polizei. War das Fahrzeug, aber irgendwie diese Türme sind immer ziemlich kompliziert, finde ich. Teilweise muss man auch einfach viel hacken, um da, ja genau, da hochzukommen. Also man muss sozusagen es, muss sozusagen, es selber nicht machen, sondern muss sozusagen nur, oder ja, eigentlich schon sozusagen. Ähm. HLV-Positiv. Ich bin auch schön. Ah, so, da, das ist zum Beispiel sozusagen so ein Ding. So. Da kommen wir schon weiter, so. Jetzt sind wir schon mal viel weiter oben. Das können wir sprengen. Allerdings, wozu sprengen? Wenn man auf Ehe raufklettern kann. Hallo. Ah ja. Genau. Und hier. Da müssen wir jetzt irgendwie mit Kameras und so uns hochhacken. Ähm. Kameras gibt's aber leider nicht grad. Oder? Ah, Kamera hier. Genau. So, entriegeln. Und? Äh. Sollte das hier offen sein? Hm. Scheiße, doch nicht. Ich hätte es mir gedacht. Und jetzt ist die Tür da offen. Kamera. Entriegeln. Ist jetzt die Tür offen? Ja, sehr gut. Es ist jetzt mal so einfach geht das. Ich kann nur noch hochklettern. Lol. Nice. Sehr, sehr nice. Warte mal. Ja, Hackbar. CityOS-Turm. Ja. Und den kann ich jetzt freischalten. Jetzt liest er einen Code ein. Und bam. Sieht ihm gleich einiges Geiles. Hm. Geil, gell? Samenobjekte, Untersuchungshinweise, neues Versteck, XP und ja. Ah ja, CityOS-Türme eins von 13. Oh, 13 gibt's das sogar. Ja, komm. Ich krieg dann irgendwie hier geilen Autos und sowas. Zauberes Signal, so. Bezirk freigeschaltet. Ja, und ich hab hier Bezirk geschalten. Ich glaub, das ist eh zu... Vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich halte die Bezirksvorgänge frei. Okay. Also man bekommt dann einige Hexen, also Telefonexen und sowas. Sollte man auf jeden Fall machen, immer. Kann ich da runter, wenn sie sterben? Nein, hier nicht. Mal hier runter. Die geile Lampf runterjumpft so. Bam, bam, bam. Und wie ist es eigentlich hier hergekommen? Und zwar über diese Terrasse hier und so. Ich überste aus? Nö. Ah, Gangversteck. Ach, ich würd's ja jetzt gern alles machen, aber... Die Folge ist schon so ewig lang irgendwie. So. Hier wollt ich am anderen hoch. Oh nein, diese Typen. Hups, so. Das ist schlimm. Oder, was ist der? Ja. Weil da muss man irgendwie gegen Illuminati auskämpfen. Mua. Ich bin so toll. Hm. Wettel Geld. So. Ich werd nur noch ganz kurz da hinfahren. Dann wird's aber... Ich sag's wirklich auszahlen, die Folge. Wenn nicht wieder irgendwas komisches passiert. Was mich nicht die Folge beenden lässt. Aber irgendein Spiel macht dann so viel Bock. So extrem. Geil. Okay, das war jetzt ein Gangversteck. Nicht mehr so versteckt. Kann ich da das eine, oder? Ich stattet ihm Karl einen Besuch ab. Wird ihm vielleicht nicht gefallen. Aber dann hat er im Krankenhaus was zum Nachdenken. Oh, okay. So ist das. Ähm, ja, ich glaub, ihr werdet fast das noch als zweiter Part sozusagen sehen. Also als vierte oder sowas Folge. Kann sein. Dann betrete ich ein Sperrgebiet. Und vor allem, wo ist der? Ja, hier ist es sozusagen im Sperrgebiet. Oh, ich glaub, ich soll den Lift hoch. Denen der Lift ist. Ja, holen wir, dass es gerade ist. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Hilfe, Hilfe! Hm, scheiße. Okay, geil. Polster hab ich auch noch. Geil. Kopfschüsse. Hab ich ja einige. Hm, hab ich da irgendwas gescheit? Hump-Action-Schrotflinte. Ah, verdammt. Woher schießen die? Komm wieder her. Okay, geil. Na ja, ich werde jetzt trotzdem die Folge überenden, weil ja... Wenn das Spiel war, ja. Folgeschütt. Viel zu lang. Ist ja richtig wie ein Payday. Okay. Wow. Wow, scheiße. Oh, verdammt. Du bist so im Arsch, du weibst es nur noch nicht. Oh, verdammt. Was, du? Was ist das? Das ist hier weh, du weibst. Geht doch aus! Ja, wenn es nicht rüberkommen ist, kommt es vor. Oh, das ist vor. Oh, ich sehe dich nicht. Der lebt ja noch. Oh, ich sehe dich. Geh in sein Totenwinklick. Ja, ich sehe dich nicht. Ach, du weibst es nicht. Oh, ich sehe dich nicht. Oh, ich sehe dich nicht. Hm. So, solltest schnell wegfahren. Wenn schon. Naja, ich will die ganze Zeit beenden, allerdings ja. So, boah. Scheiße. Ach, ich verlass, das ist mit hier ums Gebiet. Ach, scheiß drauf eigentlich. Wieder die Hälfte-Bullerei verfolgt mich. Ah, verlaumt. Okay. Parken verboten. Ach, okay. Naja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt die Folge. Danke für Zuschauen und Tschau.